Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Heute bin ich ganz alleine. Wir sind nicht nur getrennt unterwegs und hören uns nebeneinander. Der Dü ist heute gar nicht da. Wir haben nämlich, ja, beziehungsweise der Dü hat Urlaub und ich brauche ganz dringend eine Folge. Und ja, die nächste Aufnahme ist erst für heute Abend geplant. Und ja, heute Nachmittag, also jetzt, muss die Folge ja eigentlich rauskommen. Entsprechend mache ich ja jetzt eine Aufnahme morgens. Oh, so knapp ist es selten gewesen. Nun gut, muss ich mich allein wieder hier durchschnetzeln. Diesmal ganz ohne Dü. Wird wohl auch gehen. Kriegen wir hin. Hatten wir ja auch schon eigentlich. Wird schon werden. Ich gebe mir Mühe. Ich hoffe doch, das wird... Au! Und schon werde ich abgeschossen. Gleich am Anfang. Manu. So, mal schauen, wie wir alles dabei haben. Artia, Myrl, Lynch, der Soldat. Winderts. Steht da oben. Gucken wir mal, wer noch kommt. Zack, zack, zack. Hallo? Da ist er. Hallo? So, ich muss mal gucken, wo ist denn der Droide hier unten? Der wird hier unten rumstehen. Da... äh, quatsch, Droide nicht. Der hier. Das Ding da. Das Terminal. Plupp. Ach, sag bloß. Ach, neue Vermächtnisstufe. Okay. Okay. Naja, auch gut. So, gut. So, ist ja da. Er hat dann den Bunker eingenommen. Wenn wir diesen Kampf verlieren, verlieren wir womöglich auch den Nova. Möge die Macht mit uns sein. Möchte ich nicht, dass wir den Nova verlieren. Wir machen ja weiter. Auf geht's. Kommt. Los, los. Starte. Starte. Lass uns raus. Lass uns raus. Ich brauche dringend eine Kanone. Ich meine, ich will eine annehmen. So, ich kann ja mal... Alle Truppen sind unterwegs. Aha, okay. An die Artillerie-Spellungen. Zack, zack. Ich laufe mit da rüber mit Artira und hoffe mal, dass das hinhaut und kein anderer kommt. Bis jetzt sieht es gut aus. So, zu zweit. Geht's schneller. So, und die gehört uns. Das ist schon mal was wert. Ich bleibe hier. Artira auch. Okay, sehr gut. Oh, da kommt jemand angehupft. Ich hab da eigentlich hüpfen sehen. Ich hab da eindeutig jemand hüpfen sehen. Sehr schön. Zwei für uns, einen für den. Wir durchbrechen den imperialen Schild. Kommt beibehalten. Oh, hopp. Der wollte sich an mir vorbeischleichen, aber nicht mit mir, nicht mit mir. Oh, 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 oh. Der haut mich ab. Uh, der haut aber ganz schön drauf. So, dann muss ich mich beeilen, dass ich da wieder hinkomme. Schnell, bevor das Tor zugeht. Das Tor ist offen, das Tor ist offen. Nicht zumachen, nicht zumachen, nicht zumachen. Ah, das wäre knapp gewesen. So, Arteria. So, jetzt muss ich mal hier Medipack... Ne, den hier. Auf den Aufputscher. Kann ja wohl nicht wahr sein, wie schnell ich hier umgefallen bin. So, aber Arteria haut wieder ab. Nein. Der haut aber auch drauf. Was hat der von Schaden? Das ist ja nicht normal. Aua, schon wieder. Ja, Arteria ist auch wieder da. Erledigt. Also, das war ein hartes... Ein extrem harter Brocken, muss man sagen. Meine Güte. So. Klopp, klopp, klopp. Ich hoffe mal, sowas kommt nicht noch wieder. Das war ja schlimm. Wo ist Arteria hin? Hört's nicht ohne mich. Ich hab Angst. Da ist er. Okay. Ist noch da. Dann ist gut. Aber wenn der wiederkommt alleine, alleine schaffe ich das sicher nicht. Der war heftig, der Typ. Keine Ahnung. Ich hab... Ihr habt ja gesehen, wie er mich runtergeschnetzelt hat. Und Arteria hat er auch besiegt. Gegen zwei hat er alle beide besiegt. Wenn ich nicht nochmal nachgekommen wäre, wäre es... Ja, scheiße geworden. So, jetzt stehe ich hier wieder allein. Finde ich gar nicht gut. Ich stehe ungern allein. Plupp. Oh, der Soldat wurde besiegt. Ne, das ist schade. Oh. Du schon wieder. Ah, verdammt. Ich bin voll. So. So. So, kommt. Ich krieg' ich jetzt aber platt hier. Au. Mistvieh. Die hau' aber auch rein, die Frau. Hübe. Erledigt. Puh. Danke, Tapocase. Puh. Katapotze, oder wie du heißt. Also, das wäre jetzt wieder arg in die Knie gegangen, denke ich mal. Oh, ich seh grad, wir haben... Warum haben wir... Warum haben wir nur zwei Geschütze? Nur eins, mein ich. Das ist gar nicht so schön. Das gefällt mir überhaupt nicht. Verdammt. Jetzt haben die zwei. Aber immerhin, unser Schild, ihr seht's ja hier oben, unser Schild ist... Ja, unser Schild war oft genug immer da, da, wo wir es den hier hätten da einnehmen müssen, weil grad der macht Schaden, der hier hätte keinen Schaden gemacht. Unsere Macht, glücklicherweise, wir haben den so gut gewählt, äh, den, den Herstellungszeitpunkt, dass der immer dann Schaden macht, äh, wenn, wenn das Schild ausgeht. Jawohl. Genau. Das heißt, wir müssten wirklich den hier erobern. Und der da ist, äh, die südliche Mittelstellung und unseren Halten. Und, äh, scheinbar machen unsere beiden ordentlich Schaden. Das ist gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Kann man nix zu sagen. Ah, ja, und da wird auch der dritte wieder eingenommen. Sehr schön. Das ist sehr gut, so wie es jetzt läuft. Hm, jetzt fehlt uns wieder einer. Aber komplett, verdammt. Die südliche Stellung gehört jetzt dem Feind. Unser Bunker erleidet Schäden. Wir brauchen die Artillerie. Naja, wir sind noch ganz gut dabei, solange ich dieses Geschütz hier halten kann. Sollte alles gut laufen. So, da wird wieder erobert. Ja, das kriegen wir. Das kriegen wir. So, geht's aus? Wir haben die südliche Stellung. Wir feiern! So, Tabocke ist auch noch da. Sehr schön. Oh, mein, nein, Asina ist auch da. Verdammt, Asina, Asina. Geh weg, Asina. Die haut aber auch was drauf. Was hat denn die da gefressen zu Frühstück? Meine Güte. Äh. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich, ich komme, ich komme im Sinne von erscheinen. Hilfe. Hilfe. Nein. Ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. Verdammt, die haut wird sich eingesperrt. Verdammt. Oh, die hauen aber auch drauf, die Viecher. Ist ja nicht mehr feierlich. Was haben die gefressen zu Frühstück? Meine, ehrlich. So oft fall ich doch nicht um. Und an du kannst nicht liegen allein. So, das Ding wieder. Dann dieses hier. Äh, voll daneben. Aber immerhin sind wir durchgelaufen. So. So, den haben wir. Und den hier auch. Asina wieder. erledigt. Tabuki nimmt schon einen. Ich komme auch mit. Oder Tabuze. Die westliche Stellung gehört uns. Sehr schön. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Auch das klappt wieder. Wir haben es auch wieder geschafft, die Stellung so zu erhalten, dass wir feuern. Wenn das Schild aus ist bei denen. Sehr schön. Besser geht's nicht. Hehe. So, gucken wir mal. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder diese blöde Assassine da angerannt. Und will mich platt machen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Mit meiner eigenen Selbstfahrer Herrlichten Stellung hier. Oder wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall noch sind wir ganz gut dabei. Noch. Oh, jetzt haben die zwei. Verdammt. Na, kommt. Holt euch die Stellung wieder. Kommt. Los. Putt. 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 Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Deren Bunker soll Schäden erhalten. Nicht wir. Oh. Warum feuert der jetzt so unterschiedlich? Sauerei. Vorher hat's geklappt. Mist. Kommt mal jemand kurz und holt sich den Bunker schnell ein Stück zurück, damit ich den weg platzen kann und dann wieder ordentlich ausrichten. Können ja wohl die sein hier. Mano, dass man das nicht einstellen kann, wenn der feuert. Ah, da ist ja wieder diese Kriegsteilberin Assassiner. Wo ist es doch vor? Wo ist es? Oh, wo ist es? Ah, die Haut aber auch. Was hat die für einen Schaden drin? Das ist ja nicht mehr feierlich. Junge, Junge, Junge. So. So was. Die östliche Stellung ist bewaffnet und bereit. Dafür haben wir die westliche wieder verloren, aber ich hoffe mal, da kommt gleich Nachschub. Äh, und ich brauch da nicht alleine gegen Assassiner. Ah, da kommt jetzt, äh, da. Ich geh, ich geh mal woanders denn hier. Reicht mir jetzt. Unser Bunker erleidet Schäden. Wir brauchen die Artillerie. So, genau. Jetzt sind wir mit dem... Ah, der Potopaku kommt da auch mit. Au, wie war ich? Ja. Au, schon wieder versiegt. Verdammt. Immer ich. Ja, ich mach ja schon, ich mach ja schon. Kann ja nicht hexen. Meine Güte. Was, der rummeckert immer. So, sind die jetzt welche? So. Jetzt die Assassiner scheint weg zu sein, hoffe ich mal. Ah, das ist doch schlimm, die Frau. Oh, was hat die? Oh, die hat aber einen Schaden. Das ist nicht mehr feierlich. Meine Güte. Ich, ich, ich schäme mich jetzt wirklich. Also ganz ehrlich. So schnell wie ich ihr Unfall? Hilfe. Auweia, auweia, auweia. Aber sie kann gut spielen. Also muss man sagen, äh, so gut bin ich nicht. Bei weitem nicht. Muss man sagen, wie es ist. Vor allem, die kriegt nicht mal richtig Schaden. Ja, 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 ja. Mühre kommt sich und schleicht sich von hinten an. Hau die Assassiner damit weg. Ich glaube, wir stinken hier gerade ab, wie nix gut ist. Der Bunker stürzt gleich ein. Jetzt haben die... Guck dir das mal einer an hier. Jetzt haben die... Jetzt führen die fast. Hilfe. Auweia, die kommen nicht durch. Wir haben die südliche Stelle. Na, wenigstens etwas. Vermutlich feuern wir genau dann, wenn wir nicht feuern dürfen. Fordere mich. Verdammt. 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 Lalalalalala Komm, haut ihr um! Na, wenigstens einen haben wir wieder weg hier So, okay, den haben wir Pum So Wieder was geschafft, hehehe Immerhin So, ja Hier bin ich in Heilen Aua, aber wo hast du mit dem ich hin? Verdammt, wir haben verloren Fing so gut an, fing so gut an und dann haben wir verloren Naja Mist Aber Wir haben Uns immerhin ganz gut geschlagen Diese Assassina, die war also Wenn ich der einen Punkt geben könnte, würde ich der einen Punkt geben Weil die, keine Ahnung was die da gemacht hat Das ist nicht mehr feierlich, was die da abgeliefert hat Also die ist sehr gut, muss man sagen So Ich gebe erstmal eine Stimme hier an Windes Wo stehe ich denn eigentlich? Bolzon Bolzon Na, immerhin der zweite von uns, Verbindeten Naja Okay Gehen wir mal raus Kriegsgebiete verlassen Flupp und dann hoffe ich mal sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Hoffentlich auch mit dem Dü Es freunde mich, dass deras wieder eingeschaltet hat Bis zum nächsten Mal. Bis dann Tschungen Bis zum nächsten Mal.